Hallo, mein Name ist Hongfu. Ich bin jetzt 30 Jahre alt. Ich bin als Estimations-Expertin für Luxury Travel tätig. Das sind meine Kolleginnen, sehr lustig und sehr hilfreich sind. Wir fangen unseren Tag auf mit einem Lächeln und vielen freundlichen Wörtern. Ich liebe Sonnenlicht und bringe gerne Kaffee. Ich muss die Reise Luba berechnen, oder? Oder ich muss noch einen anderen Kaffee. Ja, genau. Er ist 19 Liter. Sie heißt Hoa. Sie spricht gerade mit unserem Partner in Deutschland. Also, ich habe gewusst, dass er bezahlen möchte, sondern er möchte über Chipmeer bezahlen. Er ist also sicher. Ja. Ja, genau. Ja. Okay. Ah, heute haben wir einen Gast. Er kommt aus Deutschland. und möchte nach einer Kreuzfahrt auf Ha Long Book fragen. Die Kreuzfahrt soll drei Tage und zwei Nächte dauern. Er will etwas authentisch erleben und genannt Kultur kennenlernen. Siehst du, der Kunde ist sehr zufrieden mit uns. Wir besprechen sehr oft miteinander, um beste Ideen zu finden. Zehn Jahre nach der Erkundung bekommen wir viele wertvolle Preise und gewinnen zufrieden von vielen Kunden. Wir können anspruchsvollsten Kunden genügen. So ist ein Tag von uns bei Lassel Schörger. Wir sind Destinationsexpertinnen für deutschsprachige Kunden. Und wir arbeiten mit Leidenschaft und wir wollen den Kunden die authentische Erfahrung anbieten. Wollen Sie mit uns reisen? 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 Vertra pomp und Island.